Was ist das Brecher? Ziehengröße, Schaden. Begibt dich zum Spalt? Aha. Hm. Genauigkeit. So, die verbiss ich auch nochmal. Wohl, eigentlich. Ich sterbe, du stirbst. Wir alle sterben. Komm, Junge, mach hinner. Ah, ja, ja, hör nicht rum. Geht auch. Ich bin schon links auf dem Weg. Was sind denn diese komischen Nachrichtenwagen, die keine Sau braucht? Ich cheat mir jetzt mal ein bisschen. Ich nehme einfach eine Karre. Ich bin trotzdem schneller. Ja, und? Liegt daran. Ich habe aber mal Spaß. Ich auch. Das macht keinen Sinn, was du gerade gesagt hast. Ich habe mehr Spaß. Ich auch. Sinn? Ich habe auch Spaß. Habe ich verstanden, was du gesagt hast. Ich habe gesagt, ich habe mehr Spaß. Nice. Ich habe schon 100 von diesen komischen Dingern eingesammelt. Datensammlung. Huch, was ist denn das? Ja. Doppelteam. Ich habe immer schön in die Mitte springen. Zwei dumme Ein-Gedanke. Okay. Ja, super, dass du mich umgerutscht hast. Und find the right Simulation. I can open a gateway between that one and yours. Why would you want to help me? You don't even know me. Because I have no love for the Zinn, as I was once their prisoner too. I have been stuck inside the Zinn Simulations creating rifts, which cause chaos for Zinnia. No, 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 no. No. Ach, nice, da habe ich es auch geschafft. What do you need me for? No. Kannst an den Dingern hochrennen. Ich weiß. This doesn't seem dangerous. Why don't you do it yourself? My body has long since died. I implanted my consciousness into the neon simulation computer many years ago. How can you open a gateway if you're dead? I cannot. That is not unless you find me a physical mobile phone. I can download my memory matrix into. What, I just take your word for it? Unlike humans, I can hold my word and they must be dead. This is not the only thing I need you to be dead. Well, that's why I'm a mega-nobig. Okay, on the last platform land. No, now I'm also out of here. Yeah, not bad. Nein, 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 nicht runterfallen. Ich krieg die ganze Zeit 2000 Punkte für Volltreffer. Oh, oh. Nice. Nice. Ich bin oben. Komm, mach uns Punkte. In der Mitte, genau in der Mitte. Richtig Punkt. Nein. Ach, schade. Flashy lights. Now, can you help me kill Zinyak already? My access code is one, three, three, one. Klärn Punkte. Ja, ich hab eindeutig mehr gemacht dazu. Ja, ja. Und? Was haben wir noch, nobiger? Blah, wir kriegen die ganze Zeit noch Punkte. Wir haben die ganze Zeit noch Punkte dazu gekriegt. Toll ich das. Plattformspalt. Ah, ja. No, next. Äh, äh, ganz schön nah dran. Spalte. Oh, ja, das sind lustige Aufgaben. Ja, die machen wir gerne, ne? Ja. Spaltfindung, ne? Ich, ich frag mich, äh, Spalt... Alle Energieknoten perfekt berühren. Ich frag mich, äh, wann wir denn bald wirklich mit der richtigen Hauptquest anfangen, weil das sind ja auch alles eigentlich nur Tutorials. Ja, cool, ey, dann lass mal Hauptquest machen. Ja, das, ich mache, das ist Hauptquest. Ich weiß, ich weiß, aber das, lass mal vernünftig was machen. Okay, go, go. Ich starte mal was. Brand heiß. Ja, das ist wieder Erklärmission. Ach, das ist Matt Miller. Ich habe einen neuen Code gefunden, der dir die Elemente von einem deiner Macht verändern kann. Hast du einen Ort, wo ich das testen kann? Natürlich. Nice! Nice, 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 kriegen wir neu. Alter, man merkt es eindeutig. Was? Dass du viel schneller bist, als ich muss halt mal... Upgraden. Upgrades. Oh, na, super. Äh, Fähigkeiten. Sprint. Loi? Hä, Loi, wo kann ich das denn machen? Sprint-Tempo. Äh, ist das bei Fähigkeiten? Ja. Ist doch nicht. Ausdauer ist da. Nein, nicht bei Fähigkeiten, im Sprint-Dingens. Ach, da! Im Superkräfte-Menü. Super-Sprint. Sprint-Tempo. Übernehmen. Kann ich auch gleich noch zwei machen. Nice. Leuter, na, du! Wie geil ist das denn, bitte? Ah, ja, das merkt man jetzt. Oh, Alter, jetzt wäre ich aber richtig schnell. Hast du auch schon das Sprint-Tempo zwei? Ne, das mache ich mir jetzt aber. Nein, mir fehlt eine! Ja, ich habe es gerade so hingekriegt. Ah, ich sehe womit mal, wo ich die herkriege. Du betrittst eine von den Aliens kontrollierte Nachbarschaft. Alter, wir kontrollieren ja alles. Wir sind die geilsten Schnittchen, weißt du doch? Doofes Spiel. So, jetzt aber. Jetzt habe ich vier. Sprint-Tempo zwei. So. Jetzt renn mal, Alter, wie schnell du bist. Klar, da ist eine Schatze. Nice, da bin ich erstmal drüber gesprungen. Das ist cool. Boah, wie du abgehst bei Sprint-Tempo zwei, Alter. Ja, guck mal, wie die Autos da noch fliegen. Ich springe jetzt das ganze Haus hoch. Ach, die Generatoren aus 1023 haben sie auch übernommen. Ey, die sind auch geil. Ja, die fliegen, wenn sie zu mir in die Luft, ne? Wo rennst du denn hin? So. Alter, wie hoch ist das bitte? Wäre geil, wenn sie das Penthouse noch hätten. Aber wie hoch geht denn das noch? Ja, das dachte ich mir auch. So, dann nehme ich erstmal die Datensammlung hier mit. Bist du schon beim Runterschauen? Ja, du bist schon beim Runterschauen. Nice. Nice, 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 nice. Bam. Ich land da perfekt drauf. Oh, Junge. Ja, Auftrag. Auftrag starten. Wieso kann ich das nicht machen? Ich kann jetzt gar keine Kraft mehr einsetzen. Ich auch. Du musst mit F1 wechseln, ne? Ja, hab ich. Ich hab jetzt auch Feuer. Du hast das wohl noch nicht gemacht. Doch, ich hab das gemacht, Mann, du Spacken. Ich hab Feuer. Das steht doch sogar nicht die ganze Zeit. Hä? Warum geht das nicht? Warte. Kannst du deine Waffe extra nehmen? Junge, jetzt geh mir mal nicht... Ah ja, fick dich einfach ins Knie, Junge. Oh, man kann da leider nicht hin. Jetzt drücken wir mal bei der F1 die ganze Zeit. No, ist ein Bug. Ja, lass nochmal machen. Okay. Ja, ja, komm. Neu starten. Das war verbuggt. Das ist das natürlich nicht nett. In order to use this element, you will need to manually alter your power. Manually? Yes. I have created this tutorial message to explain how to do so. That's handy. Okay. Ich hab ausgewechselt. Ich auch. Steht bei dir auch noch das da? Ja, auch noch das Ding in, ja. Aber ich kann's nicht ändern. Okay, das ist fähig. Ich weiß zwar nicht warum. Hier, warte, ich guck mal was. Kräfte. Elemente. Feuer. Eis. Junge, jetzt geh mir aber nicht auf den Sack. Also du musst auch, ey, ich die ganze Zeit nur mehr auf den Sack. Dann hätte ich dich beinahe noch weggetreten. Junge. Noll. Hä, das gibt's nicht irgendwie. Doch, warte mal, Kräfte. Neue Upgrades sind verfügbar. Upgrades. Buzz. Blast, Element, Feuer. Tippe doppelt F1 an. Hast du nur einmal gedrückt? Nein, ich hab mehrmals gedrückt. Mach's mal hintereinander doppelt. Ich drück die ganze Zeit. Okay, dopp... Ich kann's nicht einsetzen, irgendwie. Was ist das denn für eine behinderte Scheiße? Das ist Fail. Okay, warte jetzt. Lass uns mal gucken, ob wir das irgendwie beheben können. Ich hab jetzt erst nochmal Eis ausgewählt. Ja, ich kann Eis gar nicht mehr auswählen. Doch, im Kräfte-Menü. Wo, wo öffne ich das? Tab, Kräfte. Achso. Und dann auf Elemente. Und dann... Hm. Ja, sagt bei mir noch... Okay, dann lass uns mal die Mission komplett neu starten. Ja. Koop... Koop... Koop-Verbindung abgebrochen, lol. Was? Koop-Verbindung ist abgebrochen. Lol, das wollte ich nicht. Egal. Dann machen wir's mal. Dann musst du wieder reingehen. Du wurdest aus dem Spiel geworfen. So, da ist er wieder drin. Ich hab mir erstmal was zu snacken geholt. Na, war klar. Entschuldigung, wenn ich jetzt zwischendurch ein bisschen schmatze. Ja, und ihr regt euch auf. Ich mute mich immer und eher... Voll am schmatzen, ey. Ich darf das auch. Ja, ich hab jetzt die Perfekt-Waffe. Trouble leads to Punishment. Da hat er recht. Couldn't last any longer than that. Come here. Okay, hoffentlich. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ja. Manually? Ja. Ich habe dieses Tutorial-Message kreiert, um es zu erklären, wie man es tun kann. Das ist handig. Hast du ihn schon ausgewählt? Nein, noch nicht. Jetzt. Ich auch. Jetzt kann ich ihn machen. Hä? Wieso kannst du ihn machen und ich nicht? Wißt du? Wieso kannst du ihn machen und ich nicht? Vielleicht muss ich länger warten. Der ist geil. Ja, der regeneriert sich auch voll schnell.